Ok. Guten Morgen. Hallo an euch alle. Guten Morgen. Überall auf der Welt. Ich hoffe, es geht euch alle gut und wir sind heute zusammen für das Niveau B1, ok? Ich falle es an die Tafeln. Ok. Heute werden wir mit Lektion Nummer 3 anfangen. Gut. Jetzt. Weiß ich nicht, ob wir heute hier Leute zum ersten Mal mit uns irgendwo B1 haben? Oder überhaupt für diese Freistunde? Gibt es jemand, das uns heute zum ersten Mal folgt? Ok. Hallo De Silva. Guten Morgen. Melissa. Guten Morgen. Willkommen. Dankeschön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ok. Gut. Gut. Also, normalerweise das Niveau B11 führen wir zusammen. Hallo, da gibt es eine Nummer. Ich weiß nicht, wer diese Person ist. Mit 2, 3, 7 am Ende. Herzlich willkommen. Ok. Gut. Wir machen hier Niveau B1 mit diesem Buch. Schritte international. Ok. Schritte international neu. Ok. Niveau B1. Gut. Ok. Dann. Als wir heute mit der neuen Lektion anfangen. Erstmal werde ich den Wortschatz... Moment. Meine Kollegin hilft mir dabei mit der Kamera. Gut. Es geht schon gut jetzt. Ok. Normalerweise wenn ich eine neue Lektion anfange. Erstmal fange ich mit der Wortschatz an. Ok. Wir werden das hier an der Tappel schreiben. Neue Wörter, einige neue Wörter erklären. Und dann ein bisschen Grammatik. Wir können vielleicht einen Teil von der Lektion machen. Das ist zusammen mit der Grammatik verbunden. Ok. Dann. Um 12 Uhr haben wir wieder zusammen. Zwölf bis halb eins. Eine halbe Stunde für einige Übungen. Ok. Gut. Wenn wir zusammen unterhalten. Ich muss also mit euch irgendeine Übung machen. Und ihr nehmt daran teil. Ok. Ich muss das noch einmal erklären. Für die Leute, die zum ersten Mal mit uns sind. Vielleicht wisst ihr, wieso funktioniert oder nicht. Ok. Kuschelstücker Telefoni. Wer hat das Handy? Ok. Hier gibt es eine Option mit drei Punkten. Da, wenn ihr hier klickt, da gibt es ein kleines Fenster. Und hier steht Raise Hand. Oder Hand heben. Ok. Hand heben. Wenn ihr antworten wollt. Wenn ihr antworten wollt. Gut. Bitte das hier benutzen. Sonst, ich kann nicht die ganze Zeit die Videos hier folgen. Das ist unmöglich für mich. Ok. Aber wenn ihr das hier benutzt. Raise Hand. Ok. Kann ich das sehen. Das schon. Aber die anderen nicht. Ok. Ich hoffe, dass es klar ist. Wenn ihr uns jetzt per Laptop oder Computer nachfolgt. Es gibt hier auf dem Schirm Participants auf Englisch. Participants. Wenn ihr dort klickt oder drückt. Dann hier habt ihr alle Leute, die daran teilnehmen. Und könntet hier drücken. Hand heben. Oder Raise Hand. Ok. Ich hoffe, dass es klar ist. Ok. Ich hoffe, dass es klar ist. Ok. Er. Ich hoffe, dass es. Ich hoffe, dass es vorne Mexican liefern. Aber nicht immer. Okay, dann können wir anfangen. Okay, also Lektion 3. Das Thema ist gesund bleiben. Okay, das hat viel mit unserer Gesundheit zu tun. Okay, darüber werden wir viel sprechen. Dann mache ich weiter. Der Magen, das ist der Magen. Meine, mein Däum. Überreden. Überreden. Also, in dieser Situation, ich erkläre das mal. Hier haben wir auf dem Wortschatz, wir haben hier das neue Wort. Hier könntet ihr die Übersetzung auf Albanisch schreiben. Und hier gibt es immer Sätze. Und wir können nach diesem Kontext auch dieses Wort übersetzen. Okay, denn ein Wort kann mehr als zwei Bedeutungen haben. Aber wir nehmen das vom Satz her. Okay, hier steht, Ela kann Magen trotzdem zu einem Spaziergang überreden. Okay? In diesem Fall, dass sie bindt. Überreden und ihr werdet d'accord? Oder dass sie bindt. Dann sprechen Sie, wir nehmen das ganze Wort. Jetzt sind die Übersetzung. Okay, das? Das? Mittel. Mittel. Jetzt geht es dir. Der Schlaf. Jumel. Der Faktor. Das ist das gleiche wie auch im albanischen Faktor. Die Grundlage. Die Grundlage. Basis. Nun geht es dir. Basis. Okay. Dann machen wir weiter. Ausreichend. Ausreichend. Wir auf Dusche. Achtung. Achten. Achten. Vielleicht habt ihr auch Achtung gehört. Okay. Achtung. Wir werden das so übersetzen. Mal pass wie das. Okay. Das Fett. Hier. Okay. Okay. Ideal ist das gleiche. Ideal als im albanisch. Dann manchmal ebenfalls. 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 Ohrsturm. Manchmal übersetzt man auch ever und. Atmen. 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 Mal pass wie das. Okay. Flach. Okay. Flach. Die erste Übersetzung des Wörfs albanisch. Isches. Flach. Aber da wir über die Gesundheit sprechen. Hier steht ein Satz. Ge stresst. Ge stresst të menschen. Atmen schnell und flach. Okay. Njere se të stresst të menschen. Marren fryn. Spet. Flach. Nuk mund të themit. Doen një frymarja 6. Në sensin kur për merë pak fryn. Merë shumë spet. Por është pak. Nuk shtoni frymarja 3L. Chumë për desht. Ge stresst. Okay. Si për fajsatora. Eneda. Ne shumë spet. Ne shumë spet. Eneda t'i këtë mësh me mixin? Po. Ne shumë bua. Atre e kështuat si për fajsatora. Arr është një frymarja si për fajsatora. Chumë për fajsatora. Chumë për fajsatora. Wow. Zia good. Okay. Atre e ndoja kuftimin i shesht. Që është si parit. Por në këtë rast të kjo fjallit do t'marën të. Në frymarja si për fajsatora. Gut. La. Gut. Okay. Weiter. Die Wirkung. Die Wirkung. Das ist indikin. Die Wirkung. Gleichzeitig. Në koch sësht. Okay. Um. Das is të barësar. Um. Gehen. Um. Gehen. vaó. Hoë tëmër fajsë Phys. Nëotë të2 tëvich��, dëti rach. Uthë të dësh r Clapd. War. Aba. hier hamëm vi einen ronsatz. Wenë wir zu wenig. Oder Schlech tët schlafen. Kyëndëm hier nicht god mit Stress umgeën. Ok, ich brauche voll, dass du das nun fliehen, mir oder schon, mir aufdurchschen. Nun, wenn du am Joint stresst. Ok, in diesem Fall umgehen, du machst ihn wenn du Joint. Ok, wir gehen, das ist doch wie, ras. Ok, hier, weiter. Auf. Wachen. Trennbar ins Verb. Schauen. Ok, ich wache auf. So, aber nicht aufstehen. Aufstehen ist was anderes. Man steht auf. Aber aufwachen, man kann wach sein, aber liegt noch ins Bett. Ok, gut. Der Mangel. Munges. Munges. Geh mir Munges de Jume-Beschambung. Ok, dann hat man Stress. Ja, und durch den Schlafmangel bin ich dann tagsüber extrem müde und gestresst. Also Schlaf-Mangel, Mugese-Jummet, okay? Gut, weiter. Tagsüber. Über, Törditan. Also den ganzen Tag, den ganzen Tag, Tagsüber. Extrem, das ist das gleiche Extrem. Ich schreibe es nicht hier, aber ich mache weiter mit dem anderen Wort. Die Wunde. Die Wunde. Lager. Der Verband. Der Verband. Was ist die Fasche? Außer Gars. Nein, nicht alles. Das ist der Däure. ажу. Ich mache weiter, wer da sefischen. Das sehe Fasche? -Gares. Ogsend. Das insect. Insekt. Vitamin. Verband. Behandel. Der Abfalleimer. Der Abfalleimer oder manchmal haben wir auch die Tonne, die sind die größere Tonne. Ok, ein Bildschirmfoto, wenn ihr das auf eurem Handy machen wollt. Und ich kann das abwischen und weitermachen. Ok, gut. Ok. Danke, dass ihr mir Bescheid gebt. Danke. 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 Da haben wir zu viel. Normalerweise misst ihr schon viel, schon zu viel. Das ist aber paper. Ok. Die Verbesserung. Die Verbesserung. Also man fühlt sich besser, ist nicht mehr krank. Man fühlt sich besser. Die Verbesserung. Und von mir sehen. Erhöhen. Erhöhen. Ritz oder steuer. die einnahme die einnahme maria medizin zum beispiel das medikament das medikament wir benutzen das auf der mann schafft das gleiche medikamente ja ist die ae ndat sich um den medikament in der stunde dann haben wir die fachfrau oder der fachmann Okay, dann haben wir drücken, 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 im ersten Fall kann man so Stüb oder Printoi übersetzen, aber in diesem Fall, es hat mit einigen Übungen für unseren Körper zu tun, in diesem Fall ist es Stüb, kur du hat es Stüb, Spatula, sich kann ich es Stüb am Rafa, hier ist es der Iwe, okay, drücken und jetzt stüb, rechts, links, das ist die Schulter, die Schulter, Spatula, okay, die Sprechstunde, oder Sprechstunde oder die Vorrück oder wie sie das ist, das ist eine Schöne, das ist eine Schöne, das ist eine Schöne, das ist eine Schöne, vermuten, okay, vermuten, du scheu, okay, 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 dann, schmerz, mittel, okay, 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 ich will, ich will, mit dem Doktor zum Beispiel, verschreiben, 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 der Hausarzt verschreibt Medikamente, der Halten, man, die Realität, die Realität, die Realität, die Realität, dann schauen wir mal, die Realität, stressig, stressig, ich bin gestresst, ich habe ein stressiger Job, bei Stressor, Stressor, zu Stressor, die da da, aber ich, äh, Stressor, außer Stressor, Stressiger Job, Stress, okay, gut, Gryphon, 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 kappa, kappa, daquelaszen amart, pernen uns, die Bocahieta Jum, Siden, hmm, schieben, ich will den Beispiel hier lesen, ich greife, ich greife tagsüber oft zu belegten Rechten, und schiebe mir abends eine Pizza in den Backoffenen. Okay, eshtë një person që nuk ka shumë kohë për të gatuar, dhe thot që, për ditën un, marr, disa sandwicha, ose, vë nëmbrëmje, në Fur, një Pizza, që të pichet, dhe dhe të ashenjë në vendosë, por, shiben ka nuk të tijen një shtyre, sepse ti kure V pitën, këtë pak pozicionin, dhe dhe që po mbib një shtyrek, ok, shtyre, po në pëtë sense të anishtë, dhe V, ti ishte vendosë në Fur. Dhe Dha Fil, Dhe 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 bunny, dhe Dhe Nhi, dhe Dhe Nan Mil, Dhe Dhe Jun, haish batizë shtyrek Okay, ab, folien dachme, 3-0 ab, neben, ab neben, hund në pesh, dof sonhen, hund kira. Ab, neben, dof të rumbas të shkire, edhe pëse ndë njërë më të agadrëm e këta ab, që mund të një alimisht e se ab, por faktikisht me mendojmë atë shtoj në pesh, është cu nemen, jo shtoj të? Shtoj në pesh. Cu nemen është ti shton në pesh? Shtoj kira, për pesh, apërvek për pesh. Okay, nëse krisë janë visht, njëherë mund të duket pak konfuzë, kjo ab nemen, me i den ab dhe njëtë duket si ku kam marrë kire, jam shëndoshor, kam shtuar në pesh. Por jo, ap nemen është e kunder ta, kur dof sonhevi, pumbasim kire, dhe tjetëra është cu nemen, cu nemen është ku shtojnë në pesh. Okay, shtojnë kile. Okay, njënë të në fënd. Pajtër. Pobene është, ap nemen, ja, genau. Integrirën. Integrofën, përshpate me një vënd. Okay. No, hëndë mal. Vi atse fëto. Vi mëham bëjëchë. Yeah, nërëtë është, dhankë. Býtër, gërne. Gūtë mërë, kërëmjër, bëjëstë dhë ? Og nësëshë. Či ekeatë dë nënë përënë kërëmtovë. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann gibt es eine Redewendung Sport treiben Sport treiben Dieses Verb benutzen wir, bzw. wenn wir über Sport reden Okay, ich treibe Sport jeden Tag Und treue Sport, oder? Okay, dann haben wir die Hälfte Die Hälfte, die Hälfte, das Viertel Dann haben wir das Drittel Das Drittel ist një dretan Një dretan Gut, weiter, grundsätzlich Grundsätzlich, parimisht, në parim, në pelim Die Die Frucht Flute Der Sehr interessant das. Der Quark. Der Quark. Die. Es sagt der Dius. Richtig. 10 Punkte gewonnen. Gut. Die, die. Jesus. Der Unsinn. Der Unsinn. Kjo është mara zi. Ka një tja liftëm. Ta ke pësaj në bajshpin. Unsinn. Alti frauen si do njët klyge as alta menar. Das Gewicht ist 5. Was haben wir noch? Verbrauchen. Okay Brauchen, das habt ihr schon gelernt Denke ich, brauchen Man braucht jeden Tag Zwei Liter Wasser zu trinken Geben wir eine Worte Aber verbrauchen Was heißt das? Man darf nicht mehr essen Als man verbraucht Verbrauchen Okay Dann haben wir Hier gibt es einige Fotos eigentlich In diesem Buch Impfen 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 So ist das Impfen Wachsen neu Machen wir weiter mit Medizin Die Impfung eigentlich Die Impfung Das sind Vaxina Und in der Zeit in Deutschland spricht man sehr über die Impfung gegen Coronavirus Okay, vielleicht habt ihr schon davon gehört Davon gehört Was haben wir noch hier? Das Pflaster Das Pflaster Als Deutschen Dann sehen wir uns ebener Lasst nichtbo Kimberly So visão Ja Sehr dich Lasst nicht so Lasst nicht hinten noch Die salbe Die salbe Ich conspiracy Ich k 거죠 das Das Fieber Temperatura Jo në trupit Jo dit temperatua Das Fieber Temperatura 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 Deahusten Der Husten Das ist der Husten Dann haben wir Der Schnupfen Der Schnupfen Das ist wenn man Die Nase Immer Rundere 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 Ich hebe je Bildschirmfoto. Und wir machen weiter. Okay. Gut. Ich werde das jetzt abwischen. Und wir machen weiter. Was haben wir hier für Grammatik mit dieser Lektion? Okay. Da haben wir Passiv eigentlich. Passiv mit Grundalverben. Passiv. Uh, interessant. Ja, Passiv. Gut. Also, in dieser Lektion, wir sollen Passiv mit Modalverben üben. Aber erstmal wollte ich ein bisschen Passiv wiederholen. Wie bildet man Passiv? Okay. Also, normalerweise haben wir Satz. Das ist ein Aktiv, aktiver Satz. Und dann haben wir die Veränderung im Passivsatz. Okay. Wir bilden einen Passivsatz nach einem Aktivsatz. Okay. Für den Aktivsatz, die Person, also der Subjekt, wer macht was, ist sehr wichtig. Okay. Im Passivsatz diese Person oder der Subjekt ist nicht so wichtig. Also, wenn wir die Veränderung im Passiv sind so wichtig. So, wer im Passiv. In Annika. Im Passiv. Wo ist der mit? Okay? Gut? Dann mache ich eine Schämpel, eine Ferne. Okay? Aktiv. Aktivsatz zum Beispiel. Der Hausmeister schließt abends um neun Uhr die Tür. Abends. Das ist Aktivsatz. Aktivsatz. Machen wir weiter. Kassivsatz. Okay. Abends. Um neun Uhr wird die Tür abgeschlossen. Okay? Okay? Hier haben wir passivsatz. Ja. Der Hausmeister schließt abends um neun Uhr die Tür ab. Administratori, po e përtheim Hausmeister. Okay? Ei, që është një mjestrë që mertet dhe vijy regulive, të një apartame e një gondine. Okay? Der Hausmeister, po etheim Administratori, abëshlisën, është polja mbëll, trembarit svea, mbëll brëmjeve, mbëll dherën në orën nënd. Okay? Këtu e kemi të rëndësishëm vea mahtas, der shlisti të 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 a, kushën gëll dherën. Ja, përkeni personi që e kreve primi. është i përmondër. Shkojtë të fjedia passiva, jo që po mërën e. Mbëllëmjeve nora nënd, mbëllet dherën. Mbëllet dherën. Okay, danni, nëse, shikojmë këtu, fillojmë të kuptojmë si nërtojt o tere pasivi. Pas kemi një foljen dimsa, kemi gjithashtu foljen që tregon dhe primit e cila ndodhet në formen e sajt si pjesora. Okay, ever, ever, nëbem, si në da formuleun passivi. Werden plus am ende, partizip 2 des Hohen Verbs. Okay, werden, das ist hilfsver. Okay, gut. Also, gucken wir mal an hier. Kjojmanuraz es je formule passivi. Nërmanisht kemi foljen dimsa, hilfsver, das ist an der zweiten Stelle, zweite Position, hier, Position 2. Und dann am Ende ist Partizip 2.